Für 20 Euro ist schon ein Pulli-Ersatz. Wir haben auch an der Seite nochmal mit Luritz gearbeitet. Man könnte an der Seite umverstellen. Unterhalb etwas länger gearbeitet und unterhalb etwas kürzer gearbeitet. Wenn wir Long Tops machen, können Sie schön als Unterziehtops nehmen für 10 Euro. Da kann man auch ein kürzeres Teil drunter drüber tragen. Das ist dann der Beitrags dann einfach mal drunter. Das wird 10 Euro. Ja, für 20 Euro haben wir ein bisschen Rollkragenpullover. Der ist auch super leicht, der ist richtig schön bequem, wie ihr seht. Auch richtig schön weich, hautfreundlich, richtig kuschelig weich. Hat eine tolle Farbe, passt super toll auf Sheenshosen. Macht er sich ganz schick. Das ist wirklich ein tolles Stück, auch hier mit den Taschen. Das für 20 Euro. Ja, hier habt ihr auch ein absoluter Reinheit. Das kam 59 Euro, das ist für 59 Euro. 39 Euro runter. Auch mit dem Tiger, so Wildcat. Das ist das jetzt die letzte, das ist jetzt größte M. Die Augen, ne? Ja, einfach toll. Sieht ihr auch. Tolle Verarbeitung ist das. Auch so eine super magbare. Ein absoluter Hingucker ist das. Und dann kann man auch ohne weiteres dann auch auf die blauen Hosen machen. Genau so. Zum Beispiel blauen Jeans machen. Jeansfarbig. Mit den Hosen kann man das ganz gut tragen. Und auch viele andere. Dann haben wir noch so einen im Royale. Der ist da unser süßer Rabbit. Der ist süß. Der ist süß. Paxpani, du Rabbit. Paxpani. Der ist auch gezellte, zieht von 49 Euro auf 29 Euro. Sieht auch super schön aus. Ist richtig frech. Und tolle Qualität, tolle Markenware. Bleibt auch in Form und Farb beständig. Ja, die sind alle ganz toll. Ist auch noch ein Einzelstück. Geht wo größer ist. Also man kann sagen, bis für 42 Euro. Okay. Dann haben wir auch hier nochmal ein bisschen Nostalgie wieder. Für 20 Euro. Dieser Nostalgie-Armel. Der sieht auch toll aus. Und Samt. Na, für 20 Euro. Ja. Und ein Zollstück. Ist auch ein bisschen leicht glänzend. Braucht man ja nicht nur mal Feiertage zu tragen. Kann man auch versuchen. Und vor allem, die sind super bequem. Weil ich habe das selber in Schwarz. Die sind mega bequem. Die sind mega bequem. Ja. Das haben wir nochmal anders. Das heißt, hier ist noch ein bisschen mehr elastig. Also breites Gummeln. Das ist hier oben drinnen. Ist auch für 20. Ist jetzt auch auf 20 Euro reduziert. Mhm. Das sieht richtig toll aus. Ja. Und hier müssen wir noch ein bisschen friert. In den kühlen Tagen, die wir noch haben. Aber hier die tolle Jacke. Hier haben wir auch eine super schöne Jacke. Die wurde jetzt so. Ich habe anprobiert. Moment. So. Also hier habt ihr noch eine super schöne Jacke. Mit einem Schallkragen. Mhm. Die hat auch, wie ihr seht, einen super tollen Fall. Ist hier an der Seite nochmal mit einem Zopfmuster gearbeitet. Im Rückenteil. Ja. Etwas abgerundet ist das Teil. Und jetzt geht es auch reduziert auf 25 Euro. Oh nein. Oder wir unstable kommen. Wir müssen auch die bis jetzt Mai ihren Absatz. Und im Rück Chaakiert das. Die haben sie kurz mit einem completely gemilliert. Und dann geht es weg. Wir können völlig fe言ırt marcab RealANA.